Der wäre von der Rap-Mann, ja, mit Ecstasy, produziert bei DJ Bombay. So. Das wird, das wird jetzt eine Reise, du. Okay. Schnallt euch alle an. Yes. Oh Mann, was passiert jetzt? Oh. 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 Oh, das wird crazy. Wieder mal ein scheiß Tag auf dem Sofa. Liegt von gestern, noch im Koma. In meiner Wohnung riecht's wie ein Toter. La vida loca, siegt das Coca. La vida loca, siegt das Coca. Siegt ein Toter. Boah, dicker, geil. Also, am Anfang hab ich erst mal gedacht so, boah, geil, das ist ein bisschen vom Flow her so ein bisschen wie dieser Freestyle da von Tanzverbot. Die ist Fantasie-Englisch da, was da abgeht. Ja. Aber geil. Ich find mein Cash nicht, mein Hirn hat Spätschicht und die Bitch im Badezimmer blockt das Gas. Geil, Alter, ich find mein Cash nicht. Mein Hirn hat Spätschicht, Alter. Die ist nice, man. La vida loca, Alter. Ne WhatsApp-Nachricht. Ich weiß auch, diese Catfische. Diese Catfische sind wie cool ist, doch bin einer 9010-Dags-Mische. Runde mit nem Blum, Bruder, was ist los? Fühle mich also wie ein Indigo. Verschlägte Packs im Hinterhof. Egal ob es fertig oder tot. Die Geister, die ich schrieb. Die kennen dich nicht. Wollen ist auch nicht. Und wenn ihr am Blick. Ja, die Geister, die ich schrie. Haben kein Wort auf dich. Aber gib einen Toast auf mich. Hey. Sechs Monate her, lächelndes Gesicht. Ja, super, Alter. Sechs Monate her und lächelndes Gesicht. Genau so muss das sein. Ja, danke auf jeden Fall. Nur Liebe. Hammer nice auf jeden. Und ich hab gemerkt, man hat nicht alles lesen können. Das war wie zu lang, die ganze Sache. Aber auf jeden Fall hat er den Prime abonniert mit Prime abonniert. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel Liebe geht raus. Nur Liebe. Du weißt Bescheid. Danke auf jeden Fall dafür, dass du seit sechs Monaten stabil auf jeden Fall dabei bist. Und hoffentlich auch dabei bleibst. Ja, auf die nächsten sechs Monate. Und noch viel weiter. Buzz like you. Du weißt doch. Ja, man. Nice. Kommt einfach mal hier reingeschneit und haut einfach mal einen Sub raus. Nochmal hier. Ganz, ganz viel Liebe. Dankeschön für deine Unterstützung. Und so. Nein, der 9010 Drecksmische. Boah, nice, Alter. Und dann hier. Rolle mal in den Blanc. Drecksmische. Und hier so. Rolle mal in den Blanc. Also was ist los? So wie ein Indigo. Versteckte Packs im Hinterhof. Du denkst, du wärst bei Acid Wars. Zwischen Menschen, die schlafen. Ein zerstörtes Apparment. Und der Rauchmelder dient als Saufbecher für den Klaren. Was, Bruder, was? Was, was? Und der Rauchmelder dient als Saufbecher für den Klaren? Junge, ganz, ganz wilde Nummer. Ganz wilde Nummer. Yo, yo, yo. Auf jeden Fall rate ich euch davon ab, das zu machen. Aber, ja, geil, Alter. Kommt mal erstmal auf so eine Idee, ne? Ohne Scheiß. Aber geil. Beat Ballert. Stimme kommt sehr präsent, sehr nice. Also geiler Flow auch hier. Die Zeilen sind auf jeden Fall anders verrückt. Aber kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist das jetzt für ein Beat, Bruder? Mann, der Scheiß, Bruder. Gib dem Affen Speed, Bruder, yeah. Nicht, gib den Affen Zucker, Alter. Gib den Affen Speed, Bruder. Alter, geil. Nicht, ihr gebt den Affen Zucker. Gib den, gib den, gib den, gib den, gib den. Neon, neon, grünen, grünen Affen Zucker. Nee, nix da, Prinz Pi, Alter. Gib den Affen Speed. Der geht dann komplett durch die Decke. Boah. Was ist das für ein Beat, Bruder? All right. I can't see the light. There is no space. Ab, ab geht die Post mit dem Trip. Water. Abfahrt. Don't fly with me. Enjoy. Come. Wir sind auf dem Dark Wave. Ich werde befloppt. Und es gibt doch so ein Clip von den vollen Truffis, Mann. Wie heißt dieser Clip nochmal? Warte, das müssen wir gerade mixen. Das passt so gut. Warte mal. Truffis im Club oder so. Da gibt es doch so ein Video. Da, genau. Hier, Alter. Wie lange geht das? Zwei Minuten. Boah, Junge, Junge, Alter. Da geht es ab. Warte mal. Wir machen erstmal den Sound hier aus. Und ballern nochmal kurz die Hook hier rein. Warte. So, warte. Jetzt aber. Komm, fly with me. Enjoy. Hippie. Die verfachsen. Bede Maman, ich gehe ein Aufoptik. wir müssen mal zurück alter das war zu krass ok jetzt mal wieder normal ihr wisst bescheid gleich auf optik hinter jedem display kopfhüge kopfhüge alter was das denn auf einmal voll der dark rave so in der übelsten doofi disco so in der hook und dann aber die parts so wieder junge was das für ein ding krass also finde ich richtig gut mann du experimentierst aber sowas von aber es hört sich geil an die der ein loch gibt body count wieder toxisch geil man ja mann hier natürlich den rabattcode von holy energy auf jeden fall hier da kriegt ihr zehn prozent auf jeden fall auf euer arschloch nee geil alter nice war's dicker himmel die himmel die jetzt müssen uns wieder anschnallen jetzt gibt das ding wieder los jetzt kriegt es wieder ich habe wahre original alles gut soweit was geht bei dir wie geht es dir jetzt wird's wild irgendwas mit dem los ja ich sehe ja kein bild ne zu den armen aber du folgst mir auf jeden fall schon seit 2020 stabil ja du bist auf jeden fall mein vip das stimmt aber auf jeden fall geil dass du wieder da bist ne das freut mich so jetzt haben wir auf jeden fall die trophy disco durch also was war das denn für ein brett also geil gerappt geht auf jeden fall gut nach vorne auch die effekte alles so stimme so stimmen gewalt und mix master und auch der beat so der beat ist auch wirklich von einer ganz anderen welt so ne alter ist auf jeden fall auf das mutterschiff drauf gebeamt und dann noch mal einmal um die achse geflogen hier junge junge alter was geht da ab ja gibt auf jeden fall ein däumchen nach oben ja wird natürlich auch hier wieder geteilt so und wenn ihr das gefallen hat gerne daumen nach oben da lassen gerne abonniere ja und schreibt mal gerne eure meinung in die kommentare ja würde mich mal gerne mal interessieren seid ihr auch so voll auf diesen darf da da grave auf jeden fall am start und wart ihr mal auf so ein raver party so ne so ein richtig techno rave underground und so goa wart ihr mal auf sowas seid ihr auch gerne am stampfen und ja auf jeden fall schreibt es gerne mal in die kommentare ist auf jeden fall sehr krasses experimentelles ding gewesen aber wirklich sehr sehr gut umgesetzt also gerne abchecken gebt euch so also ich fand das ist echt ein krasses ding also der rappmann alter der überrascht mich immer wieder ne ohne scheiß sehr sehr geil also hätte ich auf jeden fall nicht gedacht dass das mich auf jeden fall so kickt aber das hat mich auf jeden fall weggebeamt ey ich dachte so ich bin auf ganz anderen sphären unterwegs jetzt das ding war wirklich anders wild ja das kann man schon sagen und dann wo gut so jetzt